Hallo und herzlich willkommen im Wald. Dieses Video ist jetzt mal nochmal ein bisschen mehr gelabert, als ihr es von mir schon gewohnt seid, weil ich eine ziemlich schwierige Frage gekriegt habe, zu der ich mal Stellung beziehen möchte, beziehungsweise soll und natürlich auch möchte. Und die blende ich euch jetzt mal ein, den entsprechenden Kommentar, der dazu geführt hat, dass ich jetzt sehr viel, wahrscheinlich auch ziemlich schnell und ziemlich verwirrend labern werde. Das Ganze ist ein ziemliches Hardcore-Thema und geht sehr, sehr weit ins Detail. Und ich werde auch ein bisschen Wissen voraussetzen müssen, teilweise, dass ihr unter Umständen nicht habt. Es kann also sein, dass ihr irgendwann nicht mehr mitkommt. Und ich wollte euch nur vorher schon mal gewarnt haben, dass das jetzt ein ziemliches Hardcore-Video ist. Und das ist sicherlich nicht für jedermann unbedingt was, was man jetzt wirklich sich über die gesamte Länge angucken will. Und ich bin da auch niemandem böse, wenn das die entsprechenden Leute, die das eben auch nicht wollen, dann natürlich logischerweise auch nicht tun. Also das wollte ich nur mal vorweg gesagt haben, dass sich dann hinterher keiner wundert oder sich beschwert, dass ich ihn oder sie nicht gewarnt hätte. Okay, es geht um die Frage, inwiefern denn Gleise im Wald, also Flurschäden, wirklich massive Bodenverwundungen noch mit nachhaltiger Forstwirtschaft vereinbar sind. So kann man, glaube ich, einigermaßen die Frage, die hier im Raum steht, zusammenfassen. Und das möchte ich jetzt einfach mal ein bisschen erläutern, wie es zu sowas kommt und was da dran schuld ist, dass es eben zu sowas kommt. Einen Lösungsansatz gibt es übrigens nicht. Da kann ich nicht wirklich mit dienen, weil wenn ich das wüsste, wie man das Problem komplett umgehen könnte, dann würde ich nicht hier rumhocken, sondern wäre in irgendeinem Büro mit einem riesigen Schreibtisch und einer großen, tollen Bücherwand hinter mir an irgendeiner Universität tätig. Also, Problem bzw. Tatsache, man kann sich streiten, inwiefern das jetzt wirklich schlimm ist, manche mögen es nicht, manche finden es gut, ist, dass wir auf die hochmechanisierte Holzernte einfach mal angewiesen sind, weil die unendlich viel billiger ist als die motorenuelle Holzernte. Kurz zur Erläuterung, hochmechanisierte Holzernte heißt, man hat in seinem Wald in 20, 30 oder 40 Meter Abständen in den Bestand reinführend sogenannte Rückegassen. So, Rückegassen sind die meiste Zeit eines Waldlebens bzw. eines Bestandesdaseins einfach nur baumfreie, ganz diskret nach Weg aussehende Pfade, die in den Wald reinführen. Das wesentliche Kriterium ist, dass die Dinger baumfrei sind. Also, da wird nicht extra ein Weg angelegt, der da in den Wald reinführt, sondern es ist einfach nur eine Stelle, an der eben kein Baum steht, dass man auf diesem Bereich fahren kann mit schweren Maschinen. Und das wird dann im Fall einer Durchforstung, wenn es eine große Durchforstung ist, bzw. spätestens bei der Entnutzung, also quasi näherzu alle Stämme entnommen werden, dann wird eben diese Gasse zur Befahrung benutzt. Und da fährt dann ein Gerät rein, das nennt sich Harvester. Das ist ein Vollernter, Baumfellmaschine, wenn man so möchte. Die hat einen Greifarm, greift sich einen Baum, schneidet ihn unten ab, hebt ihn dann zu sich hin und hat dann auch die Möglichkeit, den Baum durch den Greifer durchfahren zu lassen. Bei diesem Prozess werden halt eben noch die Äste abgeschnitten. Ganz, ganz tolle Hightech-Dinger, da hat man schon experimentiert, die können auch noch gleichzeitig entrinden, aber das hat irgendwie nie so wirklich funktioniert. Das gibt es also in der Praxis nicht wirklich. Das macht ein Harvester. Der macht also quasi sämtliche Arbeitsschritte, die ein Waldarbeiter in 20 Minuten oder was pro Baum zustande bekommt, wenn er auf sämtliche Sicherheitsvorkehrungen achtet. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass das Gelände nicht das Allereinfachste ist und er bewegt sich von Baum zu Baum Zeit auch noch mal irgendwo pro Baum umrechnet, dann kann man wirklich tatsächlich so 20 Minuten sagen. Und so ein Harvester macht halt einen Baum in drei, vier Minuten, wenn man die, er muss zum Baum hinfahrt, Zeit noch mit einrechnet. Und dann ist er auch noch relativ langsam, also das geht sogar noch mal erheblich fixer. Außerdem, wenn man eben in einer einigermaßen nennenswerten Zeit seinen Wald durchforstet haben möchte, ist man eben mit so einem Harvester viel, viel, viel schneller als mit einer Handvoll Waldarbeiter. Und dann gibt es jetzt natürlich eben noch die Kostenfrage. Ein Harvester kostet pro Stunde so das Durchschnittsmodell in etwa 100 Euro. Ein Waldarbeiter kostet pro Stunde so ungefähr um die 40 Euro. Aber ein Harvester schafft pro Stunde halt eben so irgendwas zwischen die 10- bis 20-fache Menge an Holz hinzulegen als ein Waldarbeiter. Das heißt, man bräuchte dann quasi 10- bis 20 Waldarbeiter, um einen Harvester zu kompensieren. Und auch wenn der das zweieinhalbfache wie ein Waldarbeiter kostet, das rentiert sich nicht so wirklich. Das ist also im Wesentlichen eine Kostenfrage, dass die hochmechanisierte Holzernte einfach notwendig ist. Und sie bietet außerdem noch zusätzlich andere Vorteile. Nämlich dadurch, dass wir die Bäume sehr schnell vor Ort entasten, bleiben die ganzen Nährstoffe im Wald. Weil, jetzt muss man wissen, der Holzkörper eines Baumes, also der Stamm, der besteht zu 50 Prozent aus Kohlenstoff. Dann hat er noch ein paar relativ hohe Prozentanteile Sauerstoff. Noch ein bisschen Wasserstoff und ganz, 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 ganz wenig noch andere Dinge drin. Also wirklich so minimal so ein Prozent Asche. Das ist dann der restliche Kram, der dann noch so drin sein könnte, zum Beispiel Stickstoff. Da Kohlenstoff ja aus der Photosynthese gewonnen werden kann, ist es nun mal nicht besonders schwierig, als Baum an Kohlenstoff dranzukommen. Sauerstoff gibt es in der Atmosphäre, Wasserstoff ebenfalls. Das ist also alles überhaupt kein Problem. Und das sind alles Dinge, die man aus dem Wald entfernen kann, indem man eben den Holzkörper erntet, ohne dem Stoffhaushalt des Waldes nennenswerten Schaden anzutun. Denn das kann ja alles ohne weiteres durch den nächsten Baum, der da wächst, ersetzt werden. Wenn man jetzt aber die Äste und die Zweige und die Blätter, beziehungsweise Nadeln, wobei Nadeln sind ja auch Blätter, ne, mitentnimmt, dann hat man das Problem, dass man einen regelrechten Nährstoffexport aus dem Wald betreibt, weil man eben die Nährstoffe, die eigentlich in den Wald gehören und beim natürlichen Sterben eines Baumes wieder in den Boden recycelt werden, wo sie vom nächsten Baum durch die Wurzel wieder aufgenommen werden würden, dann ja aus dem Kreislaufsystem Wald eben entfernt, indem man den Baum rausholt. Und da ist es tatsächlich so, dass der Harvester, der vor Ort den Baum, oder zumindest mehr oder weniger vor Ort den Baum entastet, die Nährstoffe fast an der gleichen Stelle liegen lässt, an der der Baum ursprünglich mal gestanden hat. Das heißt, die Nährstoffe bleiben im Wald. Da ist der Harvester also sehr gut. Dann muss man sagen, der Harvester ist auch sehr gut, wenn es um den Schutz von Menschenleben geht, weil wenn da nämlich ein qualifizierter Facharbeiter in so einer super gepanzerten Harvesterkabine hockt, dann kann der sich auch nicht verletzen und ist nicht in Gefahr, wie bei der herkömmlichen Holzernte, wo die Unfallzahlen einfach immer noch unglaublich hoch sind und da wirklich immer mal wieder Waldarbeiter ums Leben kommen. Insbesondere in irgendwelchen Entwicklungsländern, da glaubt ihr nicht, wie die Statistiken ist, was da an Waldarbeitern verbraucht wird. Allen voran China. China ist Aufforstungsweltmeister. Die pflanzen unglaublich viele Bäume und tun wirklich aktuell sehr viel für den Wald im eigenen Land. Im Ausland tun sie sehr viel gegen den Wald. China ist so ein sehr zweischneidiges Schwert. Die pflanzen zwar einerseits weltweit am meisten Bäume, aber sie sind auch einer der größten Verbrecher, was Tropenholzabholzung angeht. Aber das muss jetzt nicht unbedingt hierher. Aber jedenfalls die Unfallraten, die die da bei der eigenen Forstwirtschaft im Land haben, das ist jenseits von Gut und Böse. Da kostet die Kettensäge mehr als der Arbeiter. Dementsprechend wird mit den Arbeitern umgegangen. Wenn man den Chinesen tatsächlich auch mal beibringen könnte, dass es netto dann im Endeffekt dann irgendwann mal billiger wäre, da wirklich auch mal auf ein bisschen Maschineneinsatz zu bauen. Nicht, dass ich das jetzt gut finde, aber rein arbeitssicherheitstechnisch gesehen wäre das bei den Chinesen aus diesem Grunde tatsächlich auch sinnvoll. Kostentechnisch ist es aktuell bei denen dann noch teurer, weil die Arbeiter einfach nichts kosten. Damit sind wir auch bei der historischen Komponente im Übrigen. Warum hat man das früher nicht so gemacht mit den tollen Maschinen? Weil da die Arbeiter halt auch noch erheblich billiger waren. Aber die Lohnkosten steigen wie in jedem anderen Beruf auch. Jeder Handwerker und Facharbeiter ist mittlerweile richtig, richtig, richtig teuer geworden. Und Maschinen sind in nahezu jeder Branche, in der es überhaupt Maschinen gibt, eben billiger geworden. Wenn du was am Fließband quasi maschinell, je maschineller, desto besser machen kannst, dann wird es eben entsprechend billiger. Und auch im Wald ist es so, wie in allen anderen Bereichen auch, je mehr standardisiert und automatisiert so eine Produktion abläuft, desto besser ist es. Und wenn man da halt eben schon mal eine automatisierte, standardisierte Maschine im Einsatz hat, da bringt man schon mal ein gewisses Maß an Standardisierzeit in ein überhaupt nicht standardisiertes System, das sich dann Wald nennt. Wobei man sagen muss, so ein Harvester ist ausgelegt für gleichaltrige, gleichförmige Bestände mit nach Möglichkeit nur ein oder maximal zwei unterschiedlichen Baumarten. Also so den typischen Nadelholzacker. Das ist so ein perfekt mit dem Harvester zu beerntender Bestand. Und da funktioniert das dann auch wunderbar gut. Und man hat Holzerntekosten von, im Idealfall, zwölf Euro pro Festmeter. Ein Festmeter, ich habe es irgendwo schon mal erwähnt, das ist ein Würfelholz, also ein gedankliches Konstrukt von einem Würfelholz mit einem Meter Kantenlänge. Natürlich ernten wir nicht wirklich Würfel von einem Meter Kantenlänge im Wald, aber man rechnet es dann halt eben um auf dieses Volumen. Ein Kubikmeter Holz ist ein Festmeter. Der Förster spricht da in der Regel von Erntefestmetern. Das soll heißen, das ist das, was letztendlich verkauft wird und nicht das, was im Wald steht. Vorratsfestmeter ist das, was im Wald steht. Und da zieht man ja nochmal so circa 20 Prozent, genau genommen 19, ab, um auf den Erntefestmeter zu kommen, weil man lässt ja die Rinde plus ein Stückchen von der Krone plus den Stammfuß im Wald stehen. Und damit ist halt eben das, was man dann letztendlich nur aus dem Wald entnimmt, 20 Prozent weniger im Durchschnitt, als das, was da mal ursprünglich gestanden ist. Naja, das muss jetzt hier nicht unbedingt so wichtig sein. Wichtig ist jedenfalls, dass der Erntefestmeter Holzerntekosten, wohlgemerkt mit dem Harvester im Idealfall, wobei so 12, 13 Euro liegt, wenn du das Gleiche mit dem Waldarbeiter machst, der dann relativ umständlich das Ding dann auch noch wieder aus dem Wald rausholen muss, wird das noch erheblich teurer. Und da hat man locker Holzerntekosten von 30 Euro pro Erntefestmeter. Allein auch schon durch die geringere Verschwindigkeit, mit der der einfach Erntefestmeter produziert, der liebe Waldarbeiter oder halt eben mehrere von denen. Dann werden sie aber auch schnell eben wieder entsprechend teuer. Nächster Schritt bei der hochmotorisierten Holzernte ist dann das Rücken. Das ist natürlich auch bei der nicht hochmotorisierten, hochtechnologisierten Holzernte auch das Problem, dass man das Holz, nachdem man dem Baum gefällt hat und ihn aufbereitet hat, sprich die Äste abgeschnitten hat und ihn möglicherweise auch noch in handliche Stücke zerlegt hat, je nachdem, welches Sortiment man haben möchte. Manchmal werden sie kleingeschnitten, manchmal nicht. Das hängt auch davon ab, was der Kunde, also das Sägewerk in der Regel, haben möchte. Dieses Holz muss ja irgendwie an die Waldstraße, wo es dann vom Holz-Lkw aufgeladen und dann abgefahren werden kann, ins Sägewerk eben. Teilweise wird es noch zwischengelagert auf Holzlagerplätzen, das ist aber eher die Ausnahme. Normalerweise kommt es direkt vom Wald auf die Waldstraße und dann ins Sägewerk. Und der Prozess, das Holz dann eben an die Waldstraße zu bekommen, kann unendlich umständlich sein. Unter anderem dadurch, und das war früher auch noch anders, weshalb das früher einfach so gesehen wirklich viel einfacher war, man hat ja früher noch Kahlschlag gemacht. Das heißt, man hatte dann quasi immer reihenweise von dem Weg ausgehend die Bäume einfach reihenweise platt gemacht, an die Straße gezerrt, schön hingelegt, dann waren die nicht mehr im Weg, dann konnte man die nächste Reihe platt machen, an die Straße zerren, schön hinlegen, dann waren sie nicht mehr im Weg und immer so weiter. Jetzt entnehmen wir aber nur den Baum, den Baum und vielleicht den Baum und lassen den Rest stehen. Jetzt haben wir aber natürlich alle Bäume, die dann noch da stehen, einfach im Weg und können die Bäume nicht einfach zur Straße zerren, weil da möglicherweise 17 andere Bäume im Weg sind. Das macht das Rücken heutzutage durch die schönere Form des Waldbewirtschaftens, was erstens besser aussieht, zweitens ertragreicher ist und zäh für die Ökologie erheblich besser ist, macht aber die Holzernte technisch enorm anspruchsvoll. Heißt, wir können das Zeug nicht einfach da rausziehen und eine andere Möglichkeit, um riesige Stämme zu transportieren, hat ein normaler Waldarbeiter eben nicht. Rausziehen meint übrigens, du gehst mit einer großen Kette hin, hängst die Kette an den Stamm und ziehst den Stamm dann an dieser Kette, die an einer Seilwinde, an einem unter Umständen ganz normalen Traktor hängt, eben einfach bis zur Straße und der Traktor zieht den Stamm ganz nah zu sich ran, hat dann da möglicherweise noch so eine Art Schaufel, wo er den dann so leicht aufladen kann und kann den dann einfach hinter sich herziehen und dann so relativ gut neben dem Waldweg ablegen. Das funktioniert theoretisch schon sehr gut, das funktioniert auch praktisch sehr gut, aber das dauert eben einfach seine Zeit. Da geht ein Stamm, wenn der entsprechend weit aus dem Wald rausgezogen muss, dauert dann halt gerne mal zehn Minuten, bis der dann da ist, wo er hin soll. Die Alternative hochmechanisierte Holzernte ist, es fährt dem Harvester ein zweites tolles Gerät hinterher, nämlich der sogenannte Forwarder. Der sieht ganz ähnlich aus, nur dass der halt eben nur einen Greifarm hat und nicht so ein Sägeaggregat mit Säge dran, mit Messer dran und so weiter und so fort. Und er hat stattdessen dafür einen Korb auf dem Rücken sozusagen, in dem er eben mit so Kneifzangen Stämme deponieren kann. Und der kommt dann einfach hin, schnappt sich so einen Stamm, den der Harvester vorher geerntet hat, legt den sich auf den Rücken, schnappt sich den nächsten, legt den sich auf den Rücken, schnappt sich den nächsten, legt den auf den Rücken. Hat den Vorteil, keiner muss mehr irgendwelche Stämme mitten durch den Wald schleifen, weil das Schleifen über den Boden erzeugt natürlich auch Schäden am Boden. Die sind zwar nicht so auffällig und nach ein paar Jahren sieht man die auch mit bloßem Auge nicht mehr, also sie sind trotzdem da und reißen eben das Systemboden auf, das darauf basiert, dass es verschiedene Schichten hat. Und wenn man diese Schichten durcheinander bringt, dann pflügt man quasi. Das ist auf einem Acker gut, hat im Wald aber zur Folge, dass dann viele waldtypische Prozesse nicht mehr in dem Maß funktionieren, wie eben im Ökosystem Wald das funktionieren sollte, worauf das Ökosystem Wald auch irgendwo angewiesen ist. Also großflächige Bodenverwundungen sorgen für enorme Schäden. Und das wird eben tatsächlich dann vermieden, indem man auch wieder da ein schweres technisches Gerät auf dieser Gasse fahren lässt. Die Rückegasse. Gut, und die Rückegasse ist jetzt der Dreh- und Angelpunkt und Knackpunkt des Geschehens. Denn in der Theorie, wenn alles richtig gemacht wird, macht man das nämlich so, dass man von der Waldstraße aus erst mal ein paar Bäume mit dem Harvester rausgreift und der Harvester das ganze Material, was er dann am Baum abschneidet, also sprich die Esszweige und das Laub, auf die Rückegasse schmeißt. Als Polstermaterial. Und er dann quasi, nachdem er ein paar Bäume sich da eben zurechtgeholt hat und das Ganze da hingeschmissen hat, auf der Rückegasse drauf, ein schönes Polster hat, einen wirklich gut gepolsterten Weg, auf dem er fahren kann, ohne eben Schäden am Boden anzurichten. So in der Theorie, so wenn es richtig gemacht wird. In der Praxis ist das halt eben so eine Trade-off-Situation, wenn man sich das ganze Material eben auf die Rückegasse schmeißt, dann hat man nicht mehr den Vorteil, dass man das Material da hinschmeißen kann, wo man den Baum gefällt hat. Also es findet dann doch wieder ein gewisser Nährstoff-Export statt, beziehungsweise mehr eine Nährstoff-Verschiebung, wenn man so möchte, hin zur Rückegasse. Wir haben also im Wald quasi an den Rückegassen, beziehungsweise auf den Rückegassen, ein riesiges Nährstoff-Depot, wo alle Bäume quasi versuchen müssen, zur Rückegasse zu kommen, um sie ihre Nährstoffe zu holen. Während man zwischen den einzelnen Rückegassen dann eben kaum Nährstoffe hat, weil sie da dann dauernd weggenommen werden bei der Holzernte, um auf die Rückegasse sozusagen geworfen zu werden. Hat den Vorteil, die Rückegasse geht nicht kaputt und wir kriegen eben nicht diese Rillen im Boden durch die Befahrung der besagten Rückegasse. Hat eben halt eben den Nachteil mit dem teilweise Nährstoff-Export. Es gibt da leider keine eierlegende Wollmilchsau, einen Tod muss man sterben sozusagen. Wenn man jetzt das nicht macht oder halt eben nur wenig Material da drauf schmeißt und noch einiges im Wald liegen lässt, also so quasi so einen Mittelweg macht, noch ein bisschen Material auf der Rückegasse, ein bisschen im Bestand liegen lassen, kann das natürlich auch ganz gut funktionieren. Und in der Regel, und das ist jetzt wieder so ein Unterschied zwischen Theorie und Praxis und zwischen nach Lehrbuch alles richtig gemacht und möglicherweise Stümper am Werk, passiert dann nichts. Das wird dann in 80% der Fälle trotzdem noch relativ gut funktionieren, dass die halt eben ihre Rückegasse fahren können und mit ihrem Harvester das entsprechende Zeug ernten können, ohne dass das hinterher aussieht wie Tabula Rasa. In der Regel. Dann kommt noch erschwerend dazu, man muss immer gucken, wenn man dann so einen Schaden sieht. Wenn man den Schaden sieht, dann ist es in den allermeisten Fällen so, dass das wirklich nur ganz kurz nach der Holzernte ist. Das heißt, es ist wahrscheinlich noch im gleichen Jahr. Da ist noch keine vollständige Vegetationsperiode drüber gelaufen, über diesen Schaden, der dann da entstanden ist. Und das Ganze sieht dann erheblich schlimmer aus, wie wenn man ein Jahr später wiederkommt. Also ich finde aus Gründen der Fairness, weil irgendwo muss das Holz gemacht werden, könnte man uns Förstern, beziehungsweise uns Waldschaffenden wenigstens ein Jahr Erholungszeit gönnen nach so einem Eingriff, so einer Holzentnahme und dann sagen, da sieht es aber furchtbar aus. Wenn es nämlich dann wirklich noch furchtbar aussieht, dann ist was schief gelaufen. Also eine gewisse Unordnung, ein gewisses... Es tut auch irgendwo natürlich weh, wenn man da direkt nach einer Holzerntemaßnahme in den entsprechenden Bestand schaut und da sieht, wie es da ausschaut. Das tut schon irgendwo ein bisschen weh als Naturfreund. Das kann ich schon auch irgendwo verstehen, obwohl ich ja irgendwo im holzverarbeitenden Gewerbe irgendwo tätig bin. Aber ich kann das schon so ein bisschen nachvollziehen. Aber trotzdem, irgendwo muss das Holz ja dann auch wieder herkommen. Und wir haben halt nun mal die Löhne, wie sie sind und die Strukturen, wie sie sind und das Wirtschaftssystem als solches gibt eben nun mal vor, dass man rationalisieren und mechanisieren muss, wo immer es irgendwie geht. Da kann jetzt der Förster an sich sich schlecht dagegen wehren. Inwiefern das mit der Nachhaltigkeit zusammenkommt, dazu gehört und damit zu tun hat, das spreche ich dann ganz am Schluss noch an. Also dieses Ja, darauf will ich hinaus, wäre einfach aus Toleranzgründen schön, wenn man mit dem großen, großen, großen sich aufregen, dass ja wirklich oft man auch zu hören bekommt als Förster. Da habt ihr wieder irgendwelche furchtbaren Schäden im Wald angerichtet und da sieht es jetzt einfach furchtbar aus. Da möchte man dann einfach gerne. Die erste Reaktion, die man als Förster da abgeben möchte, ist, jetzt warte halt mal wenigstens ein Jahr, dann sieht es schon mal gleich viel, 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 viel besser aus. Weil eben bei ordnungsgemäßer Durchführung des Ganzen ist nach einem Jahr fast schon nichts mehr zu sehen von den Schäden.